Welche Parallelen gibt es zwischen der Gründung eines Unternehmens und der Gründung einer erfolgreichen musikalischen Karriere? Warum sollten wir als MusikerInnen unbedingt Marketing-Skills haben? Und wie baue ich mir als Musikerin erfolgreich eine Karriere auf? Über all diese Themen spreche ich heute mit Imke von der Raketerei. Bebop-Mädchen, der Podcast, der MusikerInnen bewegt. Mit Themen rund um die Karriere und allem, was dazugehört. Gewürzt mit einer Prise Feminismus. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einer neuen Podcast-Folge von Bebop-Mädchen. Heute soll es um das Thema Karriere gehen, beziehungsweise wie man sich als Musikerin gut eine Karriere aufbauen kann. Und da habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar die liebe Imke. Die ist Podcasterin von der Raketerei, Mentorin, Ideengeberin und Partnerin in Crime. Und ich freue mich total, Imke, dass du heute mit dabei bist. Hallo. Hallo Mandy, herzlichen Dank für die Einladung. Was ist denn so deiner Meinung nach wichtig, wenn ich mir jetzt als Musikerin erfolgreich eine Karriere aufbauen möchte? Also ich glaube, das Allerallerwichtigste ist, dass man anfängt zu verstehen, dass sich eine Karriere aufzubauen, in der Musikbranche im Prinzip gleichzusetzen ist wie mit einer Gründung. Also das, was wir bei Höhle der Löwen sehen, das lässt sich im Prinzip auf MusikerInnen, die sich eine Karriere in der Musikbranche aufbauen wollen, auch übertragen. Also man kommt an so gewissen Fragen tatsächlich nicht vorbei. Das sind so Fragen. Wer bin ich? Wie möchte ich eigentlich wirken? Wie sieht der Markt da draußen aus? Wer sind die Player im Markt? Wie netzwerke ich eigentlich richtig und bis hin zu welcher Form möchte ich eigentlich meine Musik anbieten? Wie möchte ich meine Musik präsentieren? Wie baue ich mir meine Kommunikationskanäle und möglicherweise auch ein Team auf? Also all das, was wir im Prinzip auch aus anderen Branchen kennen, wenn Unternehmen aufgebaut werden, das lässt sich auch auf die Musikbranche und auf KünstlerInnen-Karrieren eigentlich ziemlich klassisch auch übertragen. Welche Steps oder welche Schritte sollte man da gehen, damit das möglich ist? Weil das ist natürlich, wenn man das erstmal so hört, ein ganz schöner Berg, den man da vorsichert. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch tatsächlich ein Berg. Wenn man das erstmal so hört und ich sage bei mir in der Raketerei-Community auch immer, dass es ein Marathon ist und kein Sprint und dass jeder eben gucken muss, in welcher Geschwindigkeit er oder sie diesen Marathon denn eben laufen kann. Und die allererste Frage, mit der man sich auseinandersetzen sollte als Künstler oder auch als Künstlerin, ist eben tatsächlich die Frage, wer bin ich eigentlich und auch wie möchte ich wahrgenommen werden? Also der Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen Karriere und da muss jeder ganz für sich alleine, ja für sich definieren, was Erfolg eigentlich bedeutet. Aber die allererste Frage, die man sich stellen sollte, ist genau, wer bin ich eigentlich? Da geht es wirklich so um die Künstlerin-Identität oder um die Künstler-Identität und das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so Dominosteine, die so hintereinander aufgestellt sind. Und wenn man diese Frage beantworten kann, wer bin ich und wer sind auch die anderen, wie ist der Markt eigentlich aufgebaut? Das ist so der allererste Dominostein, der fallen muss. Und wenn dieser Dominostein fällt, dann findet man viel, viel eher heraus, okay, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wie soll mein Branding oder auch mein CI eigentlich sein? Wer passt zu mir auch in mein Team? Also was für eine Art von Manager oder Managerin sollte ich eigentlich an der Seite haben? Wie sollte meine Website aussehen? Und auch gerade dieser Dominostein von Künstlerin-Identität, wenn der einmal fällt, das hilft auch wahnsinnig dabei herauszufinden, was gehört eigentlich in mein Social-Media-Profil? Ich sage immer gerne, ein Social-Media-Profil reicht. Man muss nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Und wenn man das einmal da sein Format gefunden hat, dann geht das eben auch weiter, was man über den Newsletter kommunizieren kann, vielleicht auch kommunizieren sollte, welche Fans die eigene Zielgruppe darstellen und auch zum Beispiel wie Konzerte sein sollten und auch was für ein Medium. Ist es die CD oder ist es vielleicht eine Vinyl, ist es rein digital? Also dieser allererste Stein, bevor es dann wirklich anfängt, sich eine Infrastruktur aufzubauen und an der Reichweite und Sichtbarkeit zu arbeiten, bevor es dann wirklich so in diesen Wachstum reingeht, also auch Sichtbarkeit und monetärer Wachstum, ist wirklich die Frage nach, wer bin ich eigentlich und warum mache ich eigentlich Musik? Also eine ganz starke Vision und eine ganz starke Mission braucht man da. Und das sollte man sich, also wenn man jetzt gerade Musik studiert, sollte man sich das wahrscheinlich dann schon im Studium überlegen, richtig? Genau, das sollte man sich anfangen im Studium zu überlegen, in welche Richtung man gehen sollte. Ich glaube, vieles wird auch tatsächlich schon an den Musikhochschulen und an den Universitäten abgedeckt, inhaltlicher Art. Aber wenn man denn da in die Tiefe geht und ich weiß, vermutlich mache ich mich mit diesem Satz jetzt sehr unbeliebt, aber es geht eben bei so einem Studium nicht nur darum, sein Instrument wirklich sehr gut zu spielen oder seine Stimme wahnsinnig gut zu beherrschen. Das ist natürlich wichtig, dass man das ernst nimmt und dass man das kann, aber Selbstvermarktung und sich so eine gewisse Infrastruktur aufzubauen, gehört absolut genauso dazu, genauso wie das eigene Instrument spielen oder eben die Stimme beherrschen. Also das kann man nicht hinten anstellen, weil gerade diese Strukturen, die man sich aufbauen muss, um dann eben auch sichtbar zu werden, das ist etwas, das wächst gerade am Anfang langsam. Das wird irgendwann schneller und je eher man da das Fundament und den Grundstein legt, desto eher wird man da dann auch die Früchte tatsächlich ernten. Deswegen sollte man sich früh anfangen, mit diesen Themen eben auch auseinanderzusetzen. Und wenn man sagt, okay, das ist gar nicht so meins, ich mache das nicht so gerne, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Dann kann man halt gucken, wen kann ich mir ins Team holen, der mich wirklich dabei unterstützt, dann auch sichtbar zu werden. Also da geht es dann wirklich darum, dass die richtige Person auf dem richtigen Stuhl in deinem Musikerinnenunternehmen quasi dann seinen Platz auch findet. Ja und dazu gehört auch meistens, also das zu machen, was du jetzt gerade alles gesagt hast, dazu gehört, glaube ich, auch eine ganze Menge Mut, weil man muss nach draußen gehen. Und wenn man seine Identität sozusagen gefunden hat, zeigt man ja was sehr Persönliches von sich und muss dann auch, glaube ich, ab einem bestimmten Zeitpunkt sagen, okay, ich kann damit rausgehen. Das Produkt ist vielleicht noch nicht hundertprozentig perfekt, also in dem Fall ich und meine Musik, aber es ist auf einem Level, wo ich sage, ich kann damit schon rausgehen. Weil ich glaube, viele haben immer diese Hemmschwelle, dass sie sich nicht trauen und dass sie dann viel zu spät anfangen zu netzwerken und viel zu spät anfangen rauszugehen, weil, wie du schon gesagt hast, das ist ein Marathon und das dauert halt auch eine Weile, bis man dann die Früchte einfach ernten kann. Ja, absolut, absolut. Und das ist auch etwas, dass man in diesem Prozess, gerade in der Auseinandersetzung mit der Künstlerin-Identität eben auch lernt, wirklich zu verstehen. Wenn oder wenn man versteht, wer man ist, auf der einen Seite lernt man auch ganz automatisch, was kommunikativ in die einzelnen Kanäle gehört und ich empfehle den Künstlerinnen, mit denen ich arbeite, immer zwischen persönlich und privat auch ganz klar zu trennen. Man kann schon beeinflussen, was wird in den Zeitungen übereingeschrieben, was passiert auf der Facebook-Seite, was kommt in den Newsletter und sich da auch wirklich Gedanken drüber zu machen, was möchte ich nach außen preisgeben. Und auch ganz klar rote Linien ziehen und sagen, nee, darüber rede ich nicht, das geht keinem was an, keine Ahnung, in was für einer Art Beziehung ich lebe oder was für Themen da möglicherweise denn auch sensibler sein können. Da kann man sich auch ganz klar abgrenzen und sagen, nee, darüber möchte ich auch einfach nicht reden und da kann ich auch nur ermutigen, da auch wirklich mutig zu sein, da auch dann tatsächlich zu sagen, stopp und bis hierhin nicht weiter. Aber man muss auch sagen, je greifbarer eine Künstlerin-Identität ist, also je klarer die Vision ist, also das große Ziel, wo eine Musikerin hin möchte und je klarer auch die Themen sind, für die eine Künstlerin steht, desto leichter macht es sie auch allen anderen, ihr dann zu folgen, wenn man sich eben mit dieser Person auch identifizieren kann. Also Musik ist eine sehr, sehr starke Sprache, Musik emotionalisiert sehr, aber Musik funktioniert, weil die Person, die die Musik macht, ist, wie sie ist und das glaube ich, kann man gar nicht so hundertprozentig voneinander trennen und da muss man einfach so einen Modus finden, wie man damit umgeht, weil Musik eben nicht immer nur für sich sprechen kann, sondern auch tatsächlich mit der Person dann einfach verknüpft ist. Manchmal gar nicht so einfach, weil man manchmal halt an Punkte kommt, wo man merkt, es gibt Leute, die finden es richtig cool, was man macht und es gibt halt Leute, die finden es extrem blöd und da muss man auch total Mut haben zu sagen, okay, ich kann nicht alle kriegen, weil ich bin einfach eine super spezielle Persönlichkeit und das ist auch total cool so, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, auch da, was man vielleicht als, keine Ahnung, als Schwäche wahrnimmt, oh, da gibt es Leute, die mich nicht mögen, vielleicht auch zur Stärke zu machen und zu lernen und das ist, glaube ich, auch ein Teil von dieser Reise, wenn man sich als Künstlerin anfängt zu positionieren und sichtbar wird und auch Umsatz macht mit der eigenen Musik. Das ist eben auch Teil der Reise zu lernen, sich auch auf das zu fokussieren, das zum einen einem gut tut und sich auch auf die Menschen fokussiert, die ein Wohlgesonnen sind, weil es ist total klar, sobald man an die Öffentlichkeit geht, werden blöde Kommentare kommen und man kann es einfach leider nicht allen Menschen da draußen recht machen. Das heißt, diese bösen Stimmen wird es einfach immer geben, es gibt leider immer Neider und doofe Menschen da draußen und ich glaube, es ist wichtig und ein Teil dieser Reise dann auch tatsächlich zu lernen, sich auf das zu fokussieren, was einem gut tut, aber auch das lernt man auf dieser Reise. Und dem auch zu vertrauen, seiner eigenen Stimme, was die halt einem sagt. Absolut. Wo wir gerade bei so persönlichen und privaten Geschichten sind, wie hast du dir denn deine Karriere aufgebaut? Ich habe mit meiner Künstlerin, also ich bin ja keine Künstlerin, aber ich habe quasi mit meiner Identität angefangen. Ich habe mir zwar die gleichen Fragen gestellt, aber mein Weg war ein bisschen ein anderer. Ich habe damals als Promoterin und auch als Bookerin gearbeitet und auch als Projekt- und Labelmanagerin und für mich war damals der Ausgangspunkt, dass ich anfangen wollte zu podcasten und das war eine Zeit damals, in der ich mich schon sehr mit Feminismus auseinandergesetzt habe, mit Gleichberechtigung, mit Strukturen in der Musikbranche und mir damals, als ich mich diesen Themen geöffnet habe, eben einfach aufgefallen ist, dass Frauen deutlich unterrepräsentiert sind. Das hat mich damals vor allem deswegen gewürmt, weil ich durch das Booking eben auch erlebt habe, wo die Gelder hingehen und auch Frauen sollen natürlich irgendwie Altersvorsorge betreiben können. Aber es wird ihnen erschwert, wenn sie auf den Bühnen nicht stattfinden und dadurch nicht Teil des Geldflusses sind. Und als mir das damals so aufging, habe ich halt angefangen, in die Richtung noch weiter zu lesen, Expertise aufzubauen und meine bestehende Expertise auch auszubauen. Und das war dann so der Startschuss auch für meinen Podcast. Und als ich gemerkt habe, gerade bei meiner ersten Podcast-Folge, okay, das kommt hier irgendwie an, das war so dann für mich auch der Punkt, dass ich angefangen habe zu verstehen, wer ich eigentlich bin. Nämlich, wie du eingangs gesagt hast, die Mentorin, Ideengeberin und Partnerin in Crime. Und ich habe auch angefangen zu verstehen, wo die ganze Reise hingehen sollte, wenn ich wirklich Reichweite aufbauen soll. Und auch die Art und Weise, wie man sich eben wahrnimmt, ist auch ganz eng verknüpft mit einem eigenen Wertesystem. Also mir ist in der Zusammenarbeit, egal mit wem, ob nun in der Musikbranche oder auch in anderen Bereichen, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe wahnsinnig wichtig. Und deswegen, ich mag es auch gar nicht, irgendwie als Coach bezeichnet zu werden. Ich bin kein Coach, sondern gerade so dieses Partnerin in Crime. Es ist ein, wir entwickeln gemeinsam, wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen. Wenn es dir schlecht geht, bin ich deine Rückendeckung. Wir tragen die Herausforderungen einfach gemeinsam. Und durch meine Werte und durch meinen Werdegang habe ich dann meine Identität gefunden. Und auf Basis meiner Identität habe ich einfach eine Vision entwickeln können. Das hat lange gedauert, bis ich meine Vision hatte, bis ich für mich klar hatte, dass ich mit Raketerei wirklich Vorbilder produzieren möchte, um Frauen in der Musikbranche wirklich sichtbar zu machen. Und mittlerweile ist es jetzt so, Raketerei gibt es seit 2017, dass diese Vision ich so stark spüre und ich einfach alles, was ich anbiete, genau auf diese Vision ausrichte. Und das hilft mir, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, aber es hilft auch den Leuten da draußen zu verstehen, wer ich bin und was ich eben anbiete. Das ist total gut, weil so eine klare Vision zu finden ist nicht so einfach und die dann auch zu vertreten ist, glaube ich, nochmal ein Schritt, der dazu kommt. Ja, total, total. Und man muss sich halt auch wirklich bewusst machen, auch da wieder, das ist ein Marathon und es ist wirklich kein Sprint. Aber man muss eben am Anfang bereit sein, sich gewissen Fragen zu stellen, vielleicht auch, dass man sich unangenehme Fragen anfängt zu stellen. Und wenn man durch das eine oder andere Nadelöhr durch ist und Antworten gefunden hat, bestärkt einen das wahnsinnig und man fängt an, immer mehr an sich zu glauben. Das ist das, was ich in der Community beobachte. In dem Moment, in dem dieser Groschen von Identität und Vision und Mission gefallen ist, geht es für die Künstlerin quasi in die Reichweite, in die Sichtbarkeit und in den Wachstum. Ja, das stimmt. Das kann ich mit der Entwicklung von meinem Podcast total unterschreiben. Am Anfang war ich noch relativ unsicher. Auch mit den Themen, bis das sich sozusagen gefunden hat, welche Themen es jetzt genau werden sollen. Das hat alles ein bisschen gedauert. Ich habe ein paar Sachen auch probiert und irgendwann war es dann so weit, dass ich dachte, okay, jetzt habe ich ein Produkt und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich gutes Feedback bekommen. Und das pusht einen natürlich unheimlich, wenn man merkt, okay, die Leute können greifen, was man macht und die Leute finden, also es gibt nicht alle natürlich, aber es gibt Leute, die es gut finden und die sehen eine klare Identität und die finden das gut. Ja, und du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Du bist rausgegangen und hast ausprobiert und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir aus unseren vier Wänden raus müssen. Wir sollten nicht auf den Moment warten, dass wir hier zu Hause bei uns im Büro oder im Wohnzimmer sitzen oder im Tonstudio, an Reglern drehen und warten, bis ein Sound perfekt ist oder in deinem Fall, bis eine Podcast-Folge perfekt ist, sondern es geht halt wirklich darum, ab einem gewissen Punkt oder auch Instagram und Facebook-Postings nicht dran rumzuschrauben, bis sie vermeintlich perfekt sind, sondern sich hinsetzen, Deadline setzen. Dann hat man eine Testversion fertig, dann geht man damit raus und dann geht es wirklich darum, okay, was sagen die Leute da draußen, wie reagieren sie? Und dann eben auch auf das konstruktive Feedback hören und so nach und nach das, was man macht und das, was man anbietet, auch wirklich zu verbessern und auch überhaupt keine Angst vor Fehlern zu haben. Also wenn ich auf mein Leben zurückgucke, in den Situationen, wo ich alles richtig gemacht habe, habe ich einfach nichts gelernt. Aber in den Situationen, in denen ich halt auf die Nase gefallen bin, daraus habe ich gelernt und das sind die wertvollen Learnings. Deswegen keine Angst haben, einfach Fehler machen und das Beste für sich rausholen. Ja, und sich auch selber vertrauen einfach in den Entscheidungen, die man trifft. Ja, absolut, absolut. Auch wenn man vielleicht danach sagt, war nicht so gut, was ich da gemacht habe oder habe ich mich nicht ganz so gut präsentiert, hätte ich besser machen können. Trotzdem ist, glaube ich, einfach auch zu akzeptieren, weil man hat, in dem Moment hat man das gemacht, was man machen konnte und im Nachhinein, hey, ist man immer schlauer. Ja, absolut, absolut, genau. Und sich dann auch, wenn man die Fehler gemacht hat, sich zu überlegen, okay, was kann ich das nächste Mal besser machen und dann exakt das gleiche nochmal umsetzen. Also wenn man halt irgendwie gemerkt hat, man macht ein Facebook Live und der Ton war irgendwie schwierig, das stellt man dann hinterher fest. Dann beim nächsten Facebook Live auf keinen Fall dann kein Facebook Live mehr machen, sondern eher gucken, okay, wie kann ich meinen Ton jetzt verbessern? Und dann geht man wieder live und dann ist der Ton ein bisschen besser, aber es ist immer noch nicht perfekt und so robbt man sich so nach und nach an diesen Zustand, zu dem man halt hin möchte, nämlich, dass man etwas anbietet, wo man dann auch wirklich dahinter stehen kann und dahinter steht. Also als Jazzer geht man ja oft auf Jam Sessions, man kann es vielleicht damit auch vergleichen, man geht ja am Anfang auch hin, ist erst mal total überfordert, macht sich vielleicht jetzt als Gitarrist zu leise oder zu laut oder ist total verzweifelt oder nervös und umso öfter man hingeht, umso besser wird es, weil man immer mehr checkt, okay, wie funktioniert das und wie funktioniere ich in dieser Situation? Ja, absolut, absolut und ich glaube, man sollte auch die ZuschauerInnen da draußen nicht unterschätzen, also die stehen jetzt nicht mit den Missgabeln und den Fackeln und warten, dass man Fehler macht und dann über einen herfallen, nein, nein, so ist das nicht. Gerade wenn es um Künstler, Künstlerinnen geht und wenn es darum geht, dass sie sichtbar werden wollen, es gibt diese sogenannten Early Adopter und die wachsen mit diesen Künstlerinnen und Künstlern einfach total gerne mit und die werden dann so zu diesen Superfans, weil die eben auch beobachten können, wie eine Künstlerin oder ein Künstler Stück für Stück an den Herausforderungen wächst und dann auch eben immer sichtbarer quasi wird. Du hast ja die Raketerei und siehst da ja ziemlich viele Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Karriere und mit ihrer Karriereentwicklung. Gibt es da so Sachen, die du beobachtet hast, wo du sagst, das hat gut oder das funktioniert generell gut und das funktioniert generell schlecht? Bezogen auf was? Bezogen auf Reichweitenaufbau? Reichweitenaufbau und Entwicklung von einer Karriere als Musikerin? Also ja, da habe ich tatsächlich eine Sache beobachtet. Ich glaube, es ist sehr gut, sich ein Netzwerk aufzubauen und sich mit seinen Mitmusikerinnen auch austauschen, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich, ja wie sage ich, wo ich darauf aufmerksam machen möchte, dass wenn etwas bei Person A funktioniert, also keine Ahnung, eine Facebook-Ads-Kampagne mit den Einstellungen, ich weiß nicht wie, und Person B kopiert das einfach, weil Person B denkt, naja, das hat bei Person A ja auch funktioniert, dann würde es bei mir auch funktionieren. Bei Person B funktioniert es nicht, dann wirklich mutig zu sein und sich auf den Weg zu machen, einen eigenen Weg zu finden. Also das beobachte ich, aber das beobachte ich nicht nur in der Musikbranche, dass es ganz, ganz oft darum geht, naja, der Künstler hat das ja auch so gemacht, deswegen mache ich das jetzt auch so, sondern wirklich einfach auch mutig sein und sich die übergeordneten Fragen stellen, um eben auch eigene Wege zu finden, weil Musik ist unterschiedlich, Zielgruppen sind unterschiedlich, Positionierung ist unterschiedlich und da halt wirklich zu gucken, was für Möglichkeiten habe ich und welche Möglichkeiten funktionieren eigentlich bei mir und nur, weil bei Person A Möglichkeit A funktioniert, heißt das nicht, dass bei Person B Möglichkeit A eben auch funktioniert. Also das auch wirklich als Appell, auch mutig zu sein, sich eigene Wege zu suchen und auch, ja, sich einfach mit sich selbst, also auch mutig sein, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Du hattest vorhin, glaube ich, auch das mit dem Finanziellen kurz angesprochen, also das Ding sozusagen, sich eine Karriere aufzubauen, wir haben ja auch immer sozusagen dieses Blöde im Hintergrund, dass wir ja auch von irgendwas unsere Miete bezahlen müssen und von irgendwas auch einkaufen müssen und sozusagen, ja, einfach auch Krankenversicherung, gerade als Künstler, man ist selbstständig. Hast du dahingehend Tipps, weil ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen erschlagend, wenn man sagt, am Anfang, ich will komplett von Musik leben, weil ich glaube, das ist gerade, wenn man frisch von der Hochschule kommt, sehr utopisch, dass man das schafft. Naja, wenn man in die Startup-Welt guckt, was sehen wir da? Wir sehen in der Startup-Welt, dass kleinere Unternehmen sich Löwen quasi ins Boot holen. Wir kennen es von VOX, von Höhle der Löwen. Da geht es ja im Prinzip um das gleiche Prinzip. So, da ist ein Produkt, was gesucht wird, sind Investoren. So, und die Investoren geben dann die Kohle und bekommen einen Anteil des Unternehmens. So, das ist ja, das ist ja das Prinzip von Höhle der Löwen oder generell dieses Investoren-Prinzip. In der Musikbranche, gerade wenn man sich eine Karriere aufbaut, läuft es ein bisschen anders. Wir haben Fördertöpfe, wir haben Fördermöglichkeiten, wir haben Stipendien, wir haben die Möglichkeit von Crowdfunding. Es gibt Möglichkeiten, CDs zu finanzieren. Und genauso sollte man die Fördertöpfe auch sehen. Fördertöpfe sollte man eher als, genauso wie bei Höhle der Löwen, als Anschubfinanzierung sehen. Ich habe irgendwann festgestellt, wenn ich mir so angucke, wie Fördertöpfe vergeben werden, dass ich, glaube ich, als Förderer oder als Förderinstitution es smart finden würde, wenn eine Förderinstitution KünstlerInnen auch Menschen an die Seite stellt, die eben die Künstlerinnen und Künstler dabei begleiten, wie man das Geld, wie man diese Kampagnen, wie man das so aufbaut, dass es wirklich eine Anschubfinanzierung ist, dass man eben genau in diese Rentabilität geht. Was wir in der Förderlandschaft sehen ist halt, da ist Geld und ich finde das total cool, dass die Initiative Musik und auch viele kleinere Fördertöpfe KünstlerInnen und tolle, tolle Projekte unterstützt. Aber wenn man nicht aus einem Marketing-Background kommt, wenn man kein BWL studiert hat, woher soll man wissen, wie Gelder so investiert werden, dass man, wenn man dann eine Produktion macht, die auch profitabel ist? Ja, das kann ich, Entschuldigung, dass ich da jetzt so reingrätsche, aber das kann ich total verstehen. Ich habe auch für den Podcast eine Werbegeldförderung bekommen, habe ich mich darum beworben, mit allem Material, hat auch gut geklappt und dann war ich so, okay, wie setze ich das jetzt ein, damit es mir auch wirklich was bringt? So, das war so, hui, jetzt habe ich so viel Geld, aber wie setze ich es ein, dass es auch langfristig Sinn macht? Ja, ganz genau. Und da merkt man halt, dass diese Marktmechanismen entkoppelt sind von dem, was in musikalischen Ausbildungen gelehrt wird. Und wenn das entkoppelt wird, dann kann man natürlich, ganz logischerweise, woher soll das Wissen denn auch kommen, dann kann man auch nicht immer unbedingt so investieren, dass man das dann auch tatsächlich als Anschubfinanzierung wahrnehmen kann. Aber so sollte es halt eigentlich wahrgenommen werden. Und was ich mit den Künstlerinnen in der Raketerei-Community mache, ist, dass ich mit den Künstlerinnen Angebote entwickle und genau diese Mechanismen erarbeite, nicht nur, wie man sich eine Community aufbaut, sondern dann eben auch, wie spricht man welche Art von Angebote aus und was für Mechanismen haben wir eigentlich, um das, was wir anbieten wollen, dann eben auch tatsächlich rentabel zu machen. Also quasi, man kann sich Raketerei in dem Fall wirklich so als Brücke vorstellen. Brücke zwischen, ich komme aus einer musikalischen Ausbildung und möchte jetzt Teil des Musikmarktes sein, weil ich von meiner Musik leben will. Und auch das definiert ja jeder komplett unterschiedlich für sich. Die einen meinen damit die großen Bühnen, andere sagen, ich möchte hin und wieder ein Wohnzimmerkonzert spielen und ich unterrichte aber, also jeder definiert das ja auch selber für sich. Und Raketerei ist genau diese Brücke, genau in diesen Markteintritt dann auch zu begleiten. Oder auch die Brücke, Frau kommt aus der Elternzeit und möchte zurück in den Musikmarkt. Also den Fall habe ich auch häufig in der Community, dass die Musikerinnen manchmal aus ganz doofen Umständen, aber plötzlich zehn Jahre lang nicht haben arbeiten können. Manchmal sind ja die Familienverhältnisse so und zurück in den Markt kommen und festgestellt haben, krass, da ist jetzt Spotify, da ist ganz viel Internet. Wie gehe ich denn mit diesen neuen Marktmechanismen auch um? Und auch da wirklich zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt für mich nutzen? Und diese beiden Brücken bildet Raketerei im Prinzip. Ja, das ist, glaube ich, echt ein großes Problem, dass sich der Musikmarkt ja so immens einfach verändert hat. Früher wurde man vielleicht mal entdeckt, dann hatte man ein Label, dann hat das Label einen verkauft und dann war irgendwie gut. Und mittlerweile ist es ja durch den Online-Markt, es hat sich ja so krass viel verändert. Und ich glaube, nichts gegen die Musikhochschulen, die machen einen tollen Job. Aber ich habe manchmal das Gefühl, es ist an vielen Schulen noch so ein bisschen altbacken, ohne dass jetzt böse, also altbacken ist vielleicht ein nicht so schönes Wort, aber es ist noch so ein bisschen aus einer älteren Zeit, es ist so noch so ein bisschen nostalgisch. Ja, es ist nicht mehr zeitgemäß. Die Ausbildungen sind einfach nicht mehr zeitgemäß. Aber das ist auch nicht nur im musikalischen Bereich so, guck dir die Schulen an. Die Lehrer machen einen wunderbaren Job. Ich hatte viele wirklich wunderbare LehrerInnen in meiner Schulzeit damals. Aber wenn ich mir angucke, was in der Schule beigebracht wird, dieser Lehrplan ist einfach zehn Jahre hinter der Zeit. Und das merken dann die Leute in dem Moment, in dem sie sich mit der Realität quasi anfangen, auseinanderzusetzen. Und dann oft einfach auch überfordert sind, weil wenn man sich nicht so viel mit dem Online-Markt in der Hochschule auseinandersetzt und natürlich auch mit den Leuten, dann über Sachen redet wie Jam Sessions oder wie Guy John Coltrane auf der und der Aufnahme gespielt hat, jetzt mal aus dem Jazz geredet, dann kommst du halt dann irgendwann, bist du kurz vor deinem Abschluss und dann merkst du so, oh, und was mache ich dann? Wie kriege ich mein Geld? Vielleicht hatte ich das Glück und habe zum Beispiel vom BAföG leben können. Oder meine Eltern haben gesagt, okay, wir finanzieren dir das Studium. Und dann bist du so und denkst so, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich brauche ja zumindest so ein bisschen Geld zum Überleben. Ja, absolut. Deswegen eigentlich sollte auch am Ende generell von Ausbildungen, also jetzt auch gar nicht nur unbedingt auf die Musik bezogen, sollte eigentlich so einen Marketingkurs anschließen, worum es denn vielleicht auch darum geht, so Businessmodelle auch zu entwickeln. Also ich habe das auch nicht immer gemacht. Ich bin eigentlich eine studierte Geisteswissenschaftlerin. Ich habe Medien- und Kommunikationswissenschaft und Soziologie studiert. Und ich meine, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, komplexe Texte zu lesen und komplexe Texte zu schreiben. Damit kannst du ja, also das ist ja eine Geisteswissenschaft, das ist ja auch was, was sehr Kreatives. Und ich musste mir das alles selber raufschaffen, aber weil ich auch irgendwie Bock drauf hatte. Und ich habe damals auch schon gedacht, es wäre eigentlich cool, auch schon bei den Geisteswissenschaftlern, denen diese Möglichkeiten einfach an die Hand zu geben und zu sagen, okay, du kannst dir eine Festanstellung suchen. Ich hätte arbeiten können bei einer Zeitung, im Radio. Ich habe auch eine Zeit lang beim Film und Fernsehen gearbeitet. Das war aber dann am Ende alles nicht so richtig meine Welt. Aber eben einem auch diese Möglichkeit zu zeigen, hey, du kannst dich auch selbstständig machen. Und dann wirklich die Wege zu zeigen. Ich habe nie gehört zu Schulzeiten, dass es diese Möglichkeit von Selbstständigkeit tatsächlich gibt. Weil ich habe in der Schule gelernt, Lebensläufe zu schreiben und Bewerbungen auf Festanstellungen. Und wäre es nach meinen Eltern gegangen, wäre ich heute Flugbegleiterin oder Hotelfachfrau. Ja, und eine total andere Welt. Und es hat für mich auch wirklich gedauert zu begreifen, dass das zum einen Jobs waren, die meine Mutter damals gerne gemacht hätte, aber es auch zuzulassen, dass Kreativität durchaus einen Wert hat. Und es ist nicht immer die Gesellschaft, die dem den Wert beimisst, sondern das, was wir machen, ist so wertvoll, wie du ihm Wert beimisst. Das heißt, wenn das, was du machst, wenn du das als wertvoll empfindest, dann setz dich auf deinen Hosenboden und schaff dir die Struktur dafür. Weil in dem Moment, in dem du anfängst, dich ernst zu nehmen, wird das nach außen strahlen und auch andere werden anfangen, dich ernst zu nehmen. Und ich habe das am Anfang von Raketerei auch gemerkt. Als ich anfing zu erzählen, ich gründe, und das nennt sich Raketerei, am Anfang haben das die Leute wahrgenommen. Und dann irgendwann haben sie gesehen, ach so, die meint das ja wirklich ernst. Und dann hat sich auch die Wahrnehmung über Raketerei angefangen zu verändern. Aber es fängt bei einem selber an. Man muss selber anfangen, daran zu glauben. Es wird ja immer oft gern als Hobby abgetan. Ja, leider. Also gerade Musik. Ja, das ist schon gar nicht so einfach, da einen Weg zu finden, der gut für einen funktioniert. Und vor allem auch diesen Weg in die Selbstständigkeit, das kann ich total unterschreiben. Also was ich auch meistens gemacht habe in der Schule, ist halt Lebensläufe schreiben für Festanstellungen, Wiederschreiben für Festanstellungen. Das ist ja ein großer Unterschied. Ja, klar, ich verkaufe auch, wenn ich mich jetzt als Sekretärin zum Beispiel bewerbe, verkaufe ich auch mich, klar. Aber ich verkaufe ja hauptsächlich, was ich für Erfahrungen gemacht habe. Aber als Künstler ist es ja irgendwie nochmal, das ist ja eine ganz andere Hausnummer. Das ist ja, kann man ja gar nicht miteinander vergleichen. Absolut. Aber ich möchte an dieser Stelle auch vielleicht eine Angst nehmen. Natürlich muss man nicht von jetzt auf gleich irgendwie seinen 3-, 5- und 10-Jahresplan vor Augen haben und wissen, wo die Reise hingeht. Das ist, wenn man von der Universität kommt und wenn man nicht in diesem Businessbereich studiert hat, dann weiß man das nicht. So, woher soll das kommen, dieses Wissen? Aber man sollte bereit sein, von Projekt zu Projekt zu lernen. Und ich habe mit Raketerei festgestellt, als ich Raketerei gegründet habe, ich habe anfangs auch nur von Projekt zu Projekt geguckt. Dann irgendwann fing ich an, von Monat zu Monat zu planen. Dann wurde von Monat zu Monat plötzlich Quartal bis Quartal. Dann hatte ich irgendwann eine Halbjahresplanung und mittlerweile ist es so, dass ich in Jahreszyklen plane und dadurch, dass ich jetzt in Jahreszyklen drin bin, eben auch weiß, wo ich in 3, 5 oder sogar 10 Jahren stehen möchte. Also auch das, es ist an allem, wenn es darum geht, sich eine Identität aufzubauen, wenn es darum geht, sich eine Arbeitsinfrastruktur aufzubauen, wie eine Website oder so, wenn es um Sichtbarkeit, Reichweite, Wachstum und Umsatz geht, es ist ein Heranpirschen und rausfinden, was funktioniert für mich. Was gibst du denn, weil du jetzt gerade auch gesagt hast, es ist ein Heranpirschen, den MusikerInnen in deiner Raketerei auf den Weg, wenn sie jetzt sagen, okay, mein Enzi ist es zum Beispiel komplett von der Musik zu leben und ich sehe mich beispielsweise auf mittelgroßen Bühnen und sehe mich aber nur als spielende Musikerin. Aber ich bin ja jetzt, bin ich ja an dem Stand noch nicht und ich muss ja aber jetzt auch sozusagen meine Miete bezahlen und auch andere Sachen bezahlen. Was gibst du da für Tipps, wie man erstmal diesen Zwischenzeitraum sozusagen gut überbrückt? Ja, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Also der, wie nennt man das in der Musikbranche immer so schön, der Brotjob. Also es ist natürlich am Anfang so, dass man einem Brotjob nachgeht, der einem die Miete zahlt. Das ist im Musikbereich häufig das Unterrichten. Bei mir war es damals, dass ich im Coffeeshop gearbeitet habe und auch lange, wie gesagt, als PromoterIn, Bookerin, Produkt- und Labelmanagerin gearbeitet habe. Mir haben die Jobs Spaß gemacht, aber ich habe schnell gemerkt, ah, hier bin ich nicht richtig, ich kann das nicht gut. Und dann geht es halt darum, dass man anfängt, die Weichen zu stellen und man muss sein Verhalten verändern, wenn man möchte, dass man zu einem anderen Ergebnis kommt. Das bedeutet, am Anfang ist es noch so, dass der Brotjob und das eigene, was auch immer das eigene dann ist, das eben aufzubauen, ganz lange parallel laufen wird. Und man muss bereit sein, also man muss gar nichts, aber ich empfehle es, diese Bereitschaft dann auch zu haben, auch tatsächlich dann mal zwei Stunden mehr arbeiten oder am Wochenende arbeiten. Weil so bekommt man die Weichen gestellt, dass das eigene Projekt wachsen kann und der Brotjob zurückgehen kann. Bei mir war es damals sehr, sehr ähnlich. Ich habe, wie gesagt, Vollzeit gearbeitet, ich hatte mein Einkommen damit, aber ich war nicht glücklich. Ich hatte ein super Team und das Team war auch das, warum ich diesen Job so lange gemacht habe, weil einfach die Leute um mich herum einfach granatenmäßig cool waren. Ich fand die richtig, richtig cool. Aber was habe ich gemacht? Als die Idee mit Raketerei kam, saß ich abends nach der Arbeit und habe meine ersten Podcast-Folgen geschnitten. Ich saß am Wochenende und habe mich auf Förderungen beworben. Und als ich dann meine allererste Förderung bekommen habe, auch da wieder eine Startfinanzierung, bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich habe eine Förderung, ich muss jetzt weniger arbeiten, dass ich mich darum kümmern kann. Und dann hat mein Chef gesagt, alles klar, für drei Monate gebe ich dir eine längere Leine, aber danach kommst du dann wieder. Und das war unser Deal. Und dann habe ich diese drei Monate mit der Förderung halt wirklich genutzt. Dann irgendwann kam das so. Dann irgendwann habe ich meinem Chef gesagt, so, ich mache jetzt ein Projekt weniger, ich arbeite nur noch vier Tage statt fünf und dann hatte ich plötzlich einen gesamten Tag in der Woche für Raketerei. Und so ist es so ein ganz langsamer Übergang. Aber man muss bereit sein, sich auf diesen Übergang eben auch einzulassen. Und man muss diesem Übergang auch den Weg bereiten, auch wenn man mal müde ist oder auch wenn man lieber mal auf eine Party gehen würde. Ich weiß aus heutiger Sicht, dass es sich auch wieder umkehren wird. Das ist nur eine Zeit lang so. Aber man muss bereit sein, diesen Invest zu machen. Man muss, glaube ich, auch bereit sein, mal eine Zeit lang den Brotjob zu machen. Also ich kann es nur aus der Schauspielszene sagen. Ich habe auch, als ich meine Schauspielausbildung fertig hatte und ich war super jung, ich war, glaube ich, 21 oder so, wo ich fertig war mit meiner Schauspielausbildung. Und ich wollte unbedingt, ich wollte nur schauspielen. Ich wollte nur Schauspielerei machen. Und was habe ich gemacht? Ich habe die ganzen Jobs angenommen, die kein Geld gebracht haben, die wenig Geld gebracht haben und mich nicht wirklich mit meiner Karriere auseinandergesetzt haben. Sondern immer gedacht, ach, das kommt schon irgendwann, dass dann große Jobs kamen. Das war mein Gedanke, weil ich einfach total unerfahren war. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es war total blöd. Ich hätte lieber irgendwie, keine Ahnung, im Coffeeshop arbeiten sollen und lieber wirklich überlegen, okay, wer bin ich als Schauspielerin? Wie sieht mein Profil aus? Wie ist mein gutes Demo? Wie sind meine guten Fotos? Und dann mit Ziel an Agenturen und für Jobs einfach rangehen und nicht irgendwie blöde Jobs machen wie Tourtheater, wo ich 80 Euro für ein Stück kriege und dann fast zwei Tage unterwegs bin, was einfach überhaupt nicht rentabel ist und ein totaler Zeitfresser. Ja, total. Ich meine, das ist auch immer eine Mischkalkulation, was für Aufträge nimmt man an. Natürlich gibt es sehr gut notierte Aufträge, da verdient man dann mehr Geld. Dann gibt es Aufträge, die muss man manchmal machen, um die richtigen Leute auch zu treffen. Also das ist immer so eine Mischkalkulation. Aber es ist so ein bisschen wie, wenn man in die erste Beziehung geht. Es ist ja auch, wenn man einen Partner, eine Partnerin trifft, ab einem gewissen Punkt kommt diese Entscheidung, lasse ich mich auf eine Beziehung ein, ja oder nein. Und dann muss man dementsprechend handeln. Also man muss springen, wenn man zu der Beziehung an sich ja sagt. Und genauso ist es auch, wenn man anfängt, eigene Projekte aufzubauen. Es kommt irgendwann dieser eine Punkt, da musst du eine Entscheidung treffen und entweder du sagst bewusst ja. Und wenn du nicht bewusst ja sagst, dann sagst du automatisch nein. Aber dann darf man, also was heißt darf man, das ist jetzt auch vielleicht zu hart ausgedrückt, aber dann, wenn man diese Entscheidung getroffen hat, dann sollte man auch lernen, mit den Konsequenzen dann zu leben. Und ja, ich glaube, es ist schon vergleichbar wie mit einer Beziehung. Also man kommt an den Punkt, wenn man anfängt, diese Weichen zu stellen, an denen man einmal bewusst ja sagen muss und sich mit sich selber dann auch wirklich committen muss. Also man muss sich selber ein Boot haben und dann dementsprechend die Entscheidung dann auch treffen. Wenn man jetzt auf eine gesunde Beziehung blickt, wo ich mich wirklich auf den Partner einlasse und auch einlasse, mit dem Partner Kompromisse zu machen und mit dem Partner die Sachen, weil es ist ja in der Beziehung, es ist ja genau wie wenn ich mir jetzt eine Karriere aufbaue, es ist ja auch nicht immer alles schön. Und manchmal muss ich Sachen machen, Wege gehen, Sachen akzeptieren, die mir nicht so passen. Manchmal verletzen mich Sachen, manchmal machen mich Sachen wütend, manchmal traurig. Aber wenn ich sozusagen bewusst immer wieder ja zu dieser Beziehung sage, genau wie wenn ich immer wieder ja zu meinem Weg sage, dann geht man denen, dann schafft man das, glaube ich, auch. Absolut. Und dann fängt man an, ein so lösungsorientiertes Mindset zu entwickeln. Dann lautet die Frage oder dann lautet die Aussage nicht mehr, das schaffe ich nicht, sondern dann wird diese Aussage zu einer Frage und zwar die Frage, was muss ich tun, um XYZ dann auch zu erreichen. Und in dem Moment, indem man aus einer Feststellung, die in eine Frage anfängt zu formulieren, fängt man eben auch an, seinen Kopf mit ins Boot zu holen und zu trainieren, weil der Körper oder der Kopf unterschwellig anfängt, nach Lösungen zu suchen. Ich glaube, das größte Problem ist tatsächlich immer das Geld. Ich hatte dieses Delta ganz am Anfang von Raketerei auch und ich habe mir nie gesagt, ich habe kein Geld, sondern ich habe immer geguckt, woher bekomme ich Geld, dass ich gerade diese Startfinanzierung irgendwie an Start kriege. Und ich habe über alles Mögliche nachgedacht. Ich wäre bereit gewesen, einen Kredit aufzunehmen. Ich hatte am Anfang, ich habe einen Fördertopf gekriegt, da habe ich mich auch wahnsinnig drüber gefreut, dass ich den bekommen habe. Aber wirklich immer den Kopf auch zu trainieren, gut, was muss ich machen, um Geld zu bekommen, um genau diesen Start hinlegen zu können und da einfach den Kopf auch trainieren, weil der fängt dann an, nach Lösungen zu suchen und dann fängt man auch an, an allen möglichen Ecken Lösungen zu sehen. Dann schnappt man hier auf Facebook eine Konversation auf, dann sieht man da eine Anzeige auf Instagram und mit einem Mal sieht man, ach so, warte mal, da gibt es ja doch viel mehr Möglichkeiten, als ich auf den ersten Blick dachte und mir spontan eingefallen werden. Zeit finde ich aber auch noch sehr, sehr wichtig, weil es fällt mir gerade im Erasmus auf, ich bin ja jetzt schon ein halbes Jahr hier und ich mache jetzt mein zweites halbes Jahr sozusagen oder den zweiten Teil meines Erasmus und im ersten Teil war ich so, ja, ich bin auf keine Jam Sessions gegangen, ich war auf einer, ich habe viel geübt und sowas und jetzt habe ich mitgekriegt, oh scheiße, es ist nur noch ein halbes Jahr, es ist bald, ist sozusagen, ist die Zeit um und ich glaube, das ist so ein, ich glaube, das ist ein Teufelskreis, den man auch manchmal im Studium hat, dass man, weil da hat man unheimlich viel Zeit, sich zu entwickeln, man hat so viel Zeit in diesem künstlerischen Studium, das stelle ich ja hier auch fest, wie viel, wie viel Kapazität ich habe und man denkt oft so, ach ja, den Master, da habe ich ja noch drei Jahre oder zwei Jahre Zeit, dann kümmere ich mich dann darum und ich glaube, das ist ein großer Fehler, weil man dann genau die wunderbare Zeit, die man hat, wegschmeißt und dann irgendwann in Stress kommt, weil man sagt, okay, jetzt habe ich nur noch ein halbes Jahr und ich will dann von Musik reinleben und ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ja, auch bei diesem ganzen Thema Zeitmanagement, also Zeit an sich kann man ja nicht managen, wir alle haben 24 Stunden am Tag, das wird nicht mehr, das wird nicht weniger. Es geht, glaube ich, beim Zeitmanagement eher um die Zeit, die wir nicht managen, die wir dahin streichen lassen, warum auch immer und das sind aus meiner Beobachtung auch aus der Raketerei-Community ganz häufig innere Blockaden, das ist ganz oft Mindset, weil da so eine ganz fiese kleine Stimme, ich nenne ihn den inneren Miesepeter, er dann doch im Hinterkopf sitzt und sagt, ach, deine Eltern wollten eh, du sollst was anderes machen, als Künstler kannst du doch gar kein Geld verdienen, so und das sind dann so Stimmen, die sich dann melden und das kann lähmen und dann ist da ganz viel Zeit, die man plötzlich nicht genutzt hat und dann kommt genau der Druck am Ende, dass man denkt, ah, jetzt ganz schnell, jetzt ganz schnell und dann schnappt halt ganz schnell auch mal die Ungeduldsfalle zu, dass es einem dann alles auch nicht schnell genug geht. Dass die Ergebnisse nicht schnell genug kommen, die man gerne möchte. Ja, genau, aber auch da, man muss sich einfach bewusst machen, wenn es um das ganze Thema Wachstum und Reichweite geht, die Seele muss immer mitwachsen und wir sind, glaube ich, in der Musikbranche einfach, hier sind keine Leute in der Musikbranche, die von heute auf morgen durch die Decke gehen und seelisch stabil bleiben, sondern wir müssen lernen, mit Sichtbarkeit und Reichweite umzugehen, weil mit Sichtbarkeit und Reichweite geht auch eine Verantwortung einher und das ist eine Rolle, die man lernen muss und deswegen ist es gut, dass es langsam geht und nicht super schnell. Total, also man sieht es ja an Beispielen, in der vergangenen Zeit gab es das oder in den vergangenen Jahrzehnten gab es das ja noch häufiger als jetzt, dass Künstler plötzlich so durch die Decke gegangen sind, relativ schnell durch ein Label, was die extrem gepusht hat und man sieht ja auch manchmal, wie schnell die dann kaputt gegangen sind. Ja, genau, genau, wo die Seele dann quasi nicht hinterher kam. Kann ich auch total unterschreiben, merke ich ja mit dem Podcast auch, umso mehr Reichweite ich kriege, umso mehr die Leute es hören, umso mehr Feedback ich kriege, umso mehr merke ich auch, oh Gott, es ist plötzlich so ein Druck, weil es hören plötzlich viel mehr Leute als am Anfang. Da sind wirklich Leute, die mir zuhören, ja. Ja, nein, aber plötzlich sind es halt so viele, also weißt du, wenn sozusagen, ich habe jetzt auch eine Einladung gekriegt für einen Live-Podcast und das war so, dann dachte ich so erstmal so, ja, ist ja ein kleines Festival und da habe ich das Festival geschaut und war so, oh. Das sind ja ganz schön viele Leute, die mir dann wahrscheinlich zuhören werden und dann wächst innerlich so der Druck und dann kommt wieder auch diese Perfektionismusfalle, die glaube ich auch bei vielen Künstlern immer zuschlägt und da muss man echt vorsichtig sein, dass man da nicht in so eine Panik verfällt, weil man denkt, ich schaffe das nicht, ich bin nicht gut genug. Ja, ja, genau, ganz genau, ja. Ja, wir haben jetzt schon ganz viel über Karriere geredet, hast du denn noch irgendwelche Tipps oder haben wir irgendwas vergessen innerhalb der Folge? Ich glaube, wichtig ist einfach anzunehmen, auch für sich anzunehmen, dass man einen Schritt nach dem anderen gehen sollte und einfach keinen Schritt überspringen sollte. Man sollte, manchmal ist es ja verlockend, irgendwie eine Abkürzung zu nehmen, aber in dem Moment, in dem man eine Abkürzung geht, bleiben auch wichtige Learnings möglicherweise auf der Strecke. Deswegen sich da auch wirklich, ja, die Zeit zu nehmen und wirklich einen Schritt nach dem anderen zu gehen, um das Ganze auch einfach auf ein gesundes Fundament zu stellen. Cool, danke dir für die ganzen Tipps. Magst du abschließend noch was zu dir und der Raketerei sagen, was wir innerhalb der Folge noch nicht thematisiert haben oder vielleicht vergessen haben? Ja, thematisch zur Raketerei. Also die Raketerei ist eine Community für Musikerinnen, die halt Bock haben, sich eine unabhängige und profitable Karriere aufzubauen. Ich würde sagen, das ist so die Bottomline in der Raketerei. Es ist im Prinzip eine Business-Community für Musikerinnen und Leute oder Musikerinnen, die echt Bock haben, sich auf dieses Abenteuer einzulassen. Für die ist diese Community eben genau das Richtige, weil es eben nicht darum geht, okay, ich mogle hier alleine an den Themen rum, sondern es ist wirklich ein begleitetes mit Themen auseinandersetzen. Es ist ein sehr vertrautes Miteinander. Es ist mittlerweile ein wundervolles, großes, großes Netzwerk geworden und ich kann nur einladen. Es gibt Möglichkeiten, die Musik profitabel zu bekommen. Man muss einfach bereit sein, diesen Weg zu gehen und die Raketerei kann dann genau einer der Orte dafür sein. Ich kann auf jeden Fall nur allen empfehlen, sich mal mit der Raketerei auseinanderzusetzen und ich fand es total toll, dass du heute mit dabei warst, Imke. Danke für die ganzen Tipps. Danke, Mente, für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und ich wünsche euch allen, die jetzt zugehört haben, einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer in diesem Podcast hört und freue mich schon, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Bis bald.